Unser Projekt beinhaltet die Produktion eines Hörspiels für die Altersgruppe der Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren. Und auch mit dieser Altersgruppe haben wir hier gearbeitet mit insgesamt 14 Kindern. Wir haben uns erst über die historische, also die Historie von Remscheid unterhalten, für das Hörspiel und Opfer. Doch ich mal, die Neugierde haben wir doch eh von euch geerbt. Von wem habt ihr die ganze Information bekommen? Dann, ausgehend von diesen Informationen haben die Kinder angefangen, ihren eigenen Ablauf zu schreiben, einzelne Szenen zu entwickeln, diese niederzuschreiben und infolgedessen dann hier unten im Studio aufzunehmen. Ja, seid leise! Oh nein, das kann nicht wahr sein! Oh, hi! Ich hab euch ja gar nicht gesehen! Mein Name ist Butch! Ich wünsche euch viel Spaß beim Hörspiel! Ciao! 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 Vielen Dank.